Schon mal was von Schiffshaltern gehört? Es sind kleine schlanke Fische, die sich an größeren Arten wie zum Beispiel Haifischen oder Meeresschildkröten anheften, um sich so transportieren zu lassen. Die Saugplatte besteht aus vielen kleinen Lamellen, die das Anheften ermöglichen. Ein solches Verhalten wird als Phoresie bezeichnet. Es handelt sich also um eine ökologische Interaktion von artfremden Organismen, bei der einer der beiden Partner einen Vorteil aus dem Zusammenleben zieht, ohne dabei dem anderen zu nutzen oder zu schaden. Die Schiffshalter können so einfach an den Mahlzeiten teilnehmen. Sie profitieren vom Schutz durch ihren Wirt und nutzen die hohe Geschwindigkeit der Fortbewegung ihres lebendigen Taxis. Es kommt nicht selten vor, dass sie sich an einem Taucher oder am Rumpf eines Schiffes festsaugen. Schiffshalter eben!